So, hey, Hallöchen. Heute zeigen wir euch mal das räudigste, effektivste Fespa der Welt. Einfach eine Semmel aufschneiden und dann Waffeln drauflegen. Ordentlich. Genau, vier Stück zu klappen, gut festhalten und dann reinbeißen. Das gibt Kraft. Gib mir auch mal was ab. Mh, darf nicht was dazu zu trinken. Und das Ganze ist mir dann unterwegs an so einem tollen See. Mh. Das gibt Power und ist lecker. Tschüss. Mh. 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 Mh.